Ach, ist mir egal, komm, schießt mich ab, Leute. Heute ist mir alles egal. Kein Herzchen, dankeschön. Und dann brauche ich Pegasus-Kerne. Das hat gut geklappt. Ja, genau, hier war der Boss und das habe ich halt hier vergessen, aber anscheinend habe ich alles richtig gemacht, in dem ich nicht schon vorher gehirrt gegangen bin. Ja, wir holen uns erstmal die Tour hier. Der Kompass, wie witzig ist das denn? Ja, das sieht nicht allzu gefährlich aus, ehrlich gesagt. Und deswegen gehe ich auch einfach entspannt rüber. Das war Glück ein bisschen, aber das gehört halt immer bei mir dazu. Aua. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwie... Mann, 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 wieso zieht ihr denn so viel ab? Das ist nicht gut. Das ist alles wegen diesem blöden Sing, den ich habe. Der macht mich zwar stärker, aber ich kriege auch die ganze Zeit voll auf die Fresse. Toll, dann dreht er sich um, ey. Ich glaube es nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob hier nicht vielleicht Herzchen versteckt sind. Nein, natürlich sind hier nur Kerne. Ja, ähm... Ich kann mir vorstellen, was ich hier machen muss, aber ich gehe trotzdem erstmal normal weiter. Äh, 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 äh? Okay. Ja, ich denke mal sowieso, dass ich das hier aufmachen muss. Deswegen benutze ich das jetzt einfach mal. Äh, 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 äh... Tauschhaken? Es ist ja nicht der Endhaken, es ist der Tauschhaken. Weil er viel cooler ist als der Endhaken. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ja, ja, ja. Okay, das muss ich machen und, ähm... Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, ähm... Ich verstehe den Sinn gerade nicht von dieser... Ah, ja. Ja, 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 ja. Gesehen und verstanden. So lautet meine Devise. Dann kann ich hier lang und... Ähm... Schauen nach, was hier ist. Gegner, die mich fertig machen. Und zwar übelst. Okay, okay, okay. Einen Schlüssel habe ich noch. Dup-di-du, du-di-du, du-di-du. Ähm... So. Das wollte ich gar nicht. Ach, macht's doch nicht so spannend. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit kommt. Wuhu. Nein, er hat mich erwischt, er hat mich erwischt. Ah, Herzchen, danke. Und hier müsste der... Was? Ich dachte, der große Schlüssel wäre da. Okay. Och, Mann. Sei doch nicht so. Dump-di-dum. Immer weiter, immer weiter. Och, Mann. Oh. Okay. Ähm. Was willst du mir sagen? Bring alles zu mir. Hahaha. Oh, ist das witzig. Bring alles zu mir. Wahnsinns-Tipp, Junge. Ja, bring alles zu mir. Bring alles zu mir. Ja, aber wie willst du es denn haben? Hahaha. Ah, okay, okay, okay. Äh, nee, nee, das ist... Äh. Das ist aber doof. Irgendwie. Okay, fangen wir einfach so an. Was wo mich da jetzt einfach runtergefallen bin, weiß ich nicht. Ähm. Ich wollte einfach diesen Mega-Beep-Sound wieder hören. Und das war wieder knapp. Ich bringe alles zu mir. Ja, ich bringe alles zu dir. So, so, so. Das macht so viel Spaß. Dum-di-dum. 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 Äh. Hahaha. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ich hoffe, er wollte jetzt irgendwie kein bestimmtes Muster. Ich hab das jetzt alles... ...so willkürlich angeordnet. Aber er hat gesagt, einfach bring alles zu mir. Mehr hat er nicht gesagt. Mh. Das Teil will mich ärgern. Ah, ich bin so blöd. Wieso? Ah, ich verstehe. Das ist ja doof. Ah, dadadadada. Ähm. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. So. 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 M-m-m-m-m-m-m. Mann, das ist doch Bullshit Tja, ja Ja, das Ich wollte gerade sagen, das könnte was werden, aber So 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 Und Nein So Und ich habe alles zu dir gebracht Bin ich nicht nett